weißt du wirklich was? ne warte mal, hä? zu irgendwas passt ja nicht Freunde, der Nübel, was der Sigart ist, der guckt doch ein bisschen gut, hä? warte, ich kann mich jetzt nicht wegschmeißen, ey. Sigart Malhoff, mein Name, Grüße, Saus, sozusagen mein Bruder, was der Bruder von Manfred ist, also ich sitze hier drüben, bin der Beifahrer heute mal, am Freitag, weiße, ich übertreibe dich, so, aufgeregt nochmal, und schon Herzrasen hier den ganzen Früh, ich bin jetzt prominent, selbstverständlich, ja, so, auf jeden Fall, wie stelle ich dich am besten vor? ich bin der Manfred, äh, der Sigart, ja, ich bin der Manfred, genau der Sigart, sein Bruder, also das ist sozusagen der Sigart, was der Nübel ist, was der Christian ist warte, das zeige ich mir selbstgemachtes Namensschild aus Holz, wunderbar heißt rein, das hat keiner genau, das hat noch keiner, das will doch keiner den Namen hat auch keiner genau also sozusagen beim Sigart, das Namensschild, und der Name ist genauso falsch wie bei mir was? ja, also, offiziell, ne, nicht offiziell was ist der falsche Name? ja, ja, ich kümmer, ich weiß, ich habe das richtige Manfred-Gesicht eigentlich du bist schon seit über 50 Jahren alt, Mann? ja, ja und, was wollte ich denn gerade sagen, ich habe hier Urlaub gehabt, und habe mir gedacht, ne, im Urlaub, also irgendwie, du musst wieder auf die Bahn dann, ne, das ist ein richtiger Trucker so machen wie viel habe ich abgedrückt, wie viel Wege Zoll habe ich bezahlt? 250 Mark das sind in Euro schon fast 600.000 Euro genau, ich habe dir wie viel Eimer, drei Eimer Slotty mitgebracht drei Eimer Slotty und am Ende, ne, ne, das machen wir nicht ich habe was Besonderes für dich, und deswegen ballern wir heute hoch nach Bremen und von Bremen geht es dann nach Hamburg und fährt Hamburg wieder zurück nach Salzgitter das ist soweit erstmal der grobe Ablauf und was sich dann so ergibt, wie lange es dauert und was abgeht, das werden wir dann sehen, oder? gucken wir mal der Plan ist gut, die Ausführung wird mangelhaft, und dann machen wir da aus dem Ganzen das Beste raus na, das erste haben wir ja schon abgeliefert, wir waren ja schon in den Bergen, ne, haben wir Brot gebracht ja, zwei Stück genau, zwei Stück Brot äh, Tobi, falls du das siehst, also ich weiß, dass du siehst, weil ich es gesagt habe das war nur ein minimaler Umweg, und wir haben zeitlich, sind wir immer noch eine Viertelstunde vor dem Plan, ne, also tut mir leid, auch habe ich jetzt irgendwas verraten, was nicht alle Sachen sollen? äh, das ist ja da nicht ganz so böse mit mir, aber das ging nicht anders, das war bestellt aber Tobi, das stimmt, wir haben vor uns sogar noch äh, extra die Route so gewählt, dass wir wenig bremsen müssen und dass wir glücklich Schwung haben, stimmt wirklich also wir sind wirklich fantastisch gefahren du bleibst da, Kollege, ich weiß, dass der langsamer ist, du bleibst da ich seh, Amazon-Trailer, polnischer Fahrer davor oder auch schon Litauischer, die fahren nämlich nicht schneller als 82 genau weil er ein Depp ist, haben wir vergessen zu blinken, also fährt er schön hinten mit ja, ist richtig so genau, und der Nübel, also Marce Sigurd ist der kann ja mit seinem schönen MAN auch 89 fahren was ich ja nicht kann ach, Tobi, ne, ich fahr immer nur schön 85 genau, der fährt knall 80 das ist wirklich, also muss ich sagen, der hält immer in die Geschwindigkeit auch innerorts und deswegen sind solche Manöver hier möglich das kann ich leider nicht so machen also den hättest du schon hochgekriegt ja, naja, aber ich hab schon vorhin schon gesagt nicht so schnell wie du naja, für die 5 Tonnen Pakete am Berg, die brauchst du halt naja, nützt nix ist ja so und die Folge hier, die wird richtig geil das wäre ich jetzt schon, wäre mir ein Spaß das wird klasse hab ich auch schon gestritten, weil er hat gesagt, MAN ist scheiße hab ich gar nicht MAN ist ja praktisch Scania und Scania ist ja praktisch MAN das ist ja alles der selbe Konzern ja, Moment, Moment, der hier war noch nicht Scania ich hab bloß Getriebe von Scania ja, aber dein Gümmer zum Beispiel das Radio ja, 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 was wird öfter zum Beispiel das Radio hier hab ich auch im Scania also nicht von der Art her also von der Aufmachung her aber es ist dieselbe Technik drin nicht, dass ihr denkt, hier steht Rave Mix aber das ist nicht so meine dauerhafte Musikkrams der hört nur Helene Fischer und so und solch der hört auch nicht hier kommt viel Old Country, ne? genau, das haben wir gestern schon in der Werkstatt gehört nee, aber hier das Radio ist halt von der Technik ja genau dasselbe bloß, dass das hier halt rot ist das hätten wir mal gestern machen können, kurze Homestory machen, ne? scheiße, ja, man naja, wenn nächstes Mal die Horns schon, muss man wohl nicht sagen was? jedenfalls ist es halt jetzt muss ich wirklich mal ein Pferd sperren äh, hier ist es halt rot das Overlay und bei mir ist es halt grün im Scania also das ist alles praktisch, dasselbe auch weil es halt auch, VW ist hier auch die, ne? die ganzen Beschriftungen und so das sind alles dieselben Symbole also effektiv ist alles derselbe Scheiß aber natürlich ist es schön alles derselbe Scheiß ich habe ja auch Scania mit reingezogen, Mensch das ist ja auch grundsätzlich Mist außer vor Ort, ne? haust du da? haust du da? haust du ja, alter Busching haust du ja, alter Busching haust du ja, du musst du denn abpipun, ne? naja, nee, das magst du nicht kannst du doch nicht sagen, was ich Busching gesagt hab? ja, ey, ich habe Huren so in letztes Video gesagt ja, was hast du gesagt? ja so schlimme Wörter? ja, ich bin ein ganz hofer K ha ha und das heutige Video läuft unter dem Motto ne, man sieht es hier oben der Osten rockt, also, glaube ich zumindest ich hätte nur rumdrehen können da steht Deutsche Front drauf ja, genau, ganz wichtig noch der Nübel, großer Deutsche Front Fan warst du schon bei Konzerten, ne? ja, nee, Deutsche Front war ich nicht nee, wo warst du? betontot betontot, genau und davor, die Vorbild war Angst falls ihr das sehen solltet, Jungs, ne? ich will damit geniät verdienen aber engst, eine der besten Bands überhaupt ja Dr. Fuck off Zeug, der soll sich das reinhaben ja, betontot das ist so eine typische Trucker Country Band ungefähr, ja also, wer es mal auschecken will kann es mal machen ihr werdet positiv überrascht sein, denke ich mal und damit zurück ins Funkhaus vorerst wir haben es schon ein ganzes Stück geschafft sind mittlerweile in Bremen und sag mal Nübel, was haben wir denn eigentlich hinten drauf? erzähle mal erstklassigen, hochqualitativen Abfall das ist nicht verkehrt apropos, ne? ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt wir fahren ja einen Tanker da sieht man im Spiegel ein wunderschönes altes Teil die Bremse, die macht sich auch ab und zu mal bemerkbar, ne? der ist auch nur 5 Jahre jünger als ich ja, ne, wir haben gestern, also ich speziell, du warst ja nicht da genau wir haben gestern geladen Salzgitter im Stahlwerk Emulsion für alle die, die nicht wissen was Emulsion ist ist das ein Wasser-Öl-Gemisch beziehungsweise irgend so ein Scheiß, was angeblich eine homogene Masse bildet also in dem Fall ist das Schmieröl von den hier Keul-Dreh-Dings, was weiß ich Maschinen und ja, das fahren wir jetzt hier halt zum Entsorgen hier wird der ganze Scheiß wieder aufgespalten in Öl und Wasser, da drüben steht Norbert oh ja, guck mal, Mühlan, Kollege oh man, das ist von dir ab krass, ey EI-Betriebjahr überall vertreten ja, wirklich, Mühlan, deutschlandweit, international beste Spedition, Abspür 600 Autos genau geht los minus 590 ne, halt 580 irgendwie so, ich hab mich gefragt ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir haben kann ich jetzt gar nicht sagen ich glaub 18, ich weiß nicht genau in jedem Fall, ja, fahren wir das jetzt hier hinten hier wird das dann alles offiziell entsorgt und halt aufgespalten in das, was Sinn macht also Öl, was man noch brauchen kann und eben Schmutzwasser und das wird dann, keine Ahnung über Bakterien und so in dem ganzen Krempel wird das auch wieder gereinigt oder was auch immer dann damit passiert ja, in jedem Fall fliegt das dann hier jetzt raus dann machen wir einfach einen Schieber und schütten das in die Weser ho, natürlich nicht weil in Bremen juckt's ja kein, ne in Bremen, die kennen das ja nicht anders ne, aber ich hab das schon mal gesagt muss ich auch hier nochmal anmerken dafür, dass derjenige hier das nur ausfährt weiß er eine ganze Menge das ist wirklich immer wieder beeindruckend ja, weil er halt die ganze Zeit überall nur dusselig nachfragt und spioniert ganz toll aber der Nübel ist, das muss Mo sagen gar nicht mal so dumm wie er aussieht ja, er sieht spreichlich dämlich aus wunderbar so, jetzt sind wir hier in Achim also Ort, eigentlich heißt das hier Achim das Stück aber wir fahren jetzt quasi weiß ich nicht einen oder zwei Kilometer und dann sind wir schon offiziell in Bremen Achim in Bremen das ist quasi wie Offenbach und Frankfurt das ist der Pickel auf Gottes Arsch wo der Eiter rausgelaufen ist das ist Offenbach für alle die, die noch nie in Offenbach waren Offenbach ist so das letzte Dreck nach Gastrop Rauchsel vielleicht nein, natürlich nicht also natürlich schon aber du musst das jetzt sagen natürlich nicht Eben Zwinker, Zwinker Ich will kein Beleidiger den Wichser ist er aber irgendwo auf der Fresse Stimmt, muss ich ja sagen ich bin ja auch früher beim Nübel mitgefahren er ist ja lange in Offenbach gewesen ist ja lange Zeit Kühler gefahren also Tanker erst seit wie viel? Nein, nicht in Offenbach? Ja, Dietzenbach Frankfurt die Ecke und hat er dann später umgesattelt auf den Tanker und ist dann zum Mühlan und ist glaube ich hier auch sehr sehr glücklich Naja, also die Firmenleitung die sind ja alles schön Ja, mit dem Chef habe ich selber mal meine Bekanntschaft gemacht also was war ich weiß Naja, ich weiß ja nicht der Tobi der ist ein bisschen weiß nicht Putzschocker Ja, er putz ich Nein Tobi ist wirklich absolut in Ordnung und bei der Gelegenheit kann ich nämlich auch mal sagen Schaut er heute quasi Genau und mich auch noch mal hier bedanken und zwar erstens beim Sigurd also der Fahrer hier Das bin übrigens ich Genau und auch bei der Firma Mühlan und vor allem bei Tobi denn die haben mir damals erlaubt dass ich, wo ich frisch aus der Fahrschule raus war ich hier damals ein kleines Praktikum machen konnte und da durfte ich das erste Mal voll beladen Lkw fahren was ich ja in der Fahrschule nie gemacht hatte Laster Genau, Laster fahren und da hat der Sigurd nämlich ein gutes Wort für mich eingelegt und Tobi, also der Chef von Mühlan hat dem Ganzen dann noch zugestimmt und deswegen nochmal an euch bete ein großes Dankeschön Das meine ich auch wirklich ernst jetzt Also Props gehen raus Genau, ja Ne, es war schon es ist schon eine Feierung macht schon Spaß hier und ich habe es ja auch schon öfters mal mitbekommen wenn sie dann immer anrufen also das ist nicht verkehrt die verstehen wirklich gut die beiden Ja dann haben wir schon das ein oder andere Bierchen miteinander getrunken und über Gott und die Welt gequatscht und auch morgens bis um zwei noch in der Firma gesessen obwohl ich ohne Apathe und schon hätte lange zu Hause sein müssen und können und ja eigentlich Freitag, Nachmittag wahrscheinlich auch besser was zu tun hatte aber so das passt da schon ganz gut das ist schon wirklich in Ordnung dort Eben mit dem Chef in Zwitschern ist der ordentlich verkehrt Na klar Oh, hier guck mal ehemals logistischen XXL-Auto Ja So, rechts für links und da kommt sowieso nie was Ah, sind wir gleich da Einmal rechts, einmal links, einmal rechts Einmal links und dann sind wir da Und dann geht es schon los mit dem Abladen Hier nach drüben ist ein Imbiss Bei der kannst du wirklich nur die belegten Brote essen Bei der kannst du dir nix gar nicht Ja Bisschen wie Arsch in Fremde Und dabei wundert mich, dass die noch nicht aufhalten Genau 5.30 Uhr, ne ist klar Die hat aber zu Das ist klar Vielleicht hat sie Urlaub Oder es kontaminiert Das kann nur sein Ja, das Gesundheitsamt war mal zu Gast Die scheißen heute noch genau Und die haben nur das Warme gegessen Ja Ne, also die Curry muss mal nix, ohne Scheiß Die kann sein Lecker, ne? Einwandfreier Bats Das ist nix zum Bats Neh mal ne ordentliche Geruchsprobe Guck mal da hinten, was der für Fäden zieht Vielleicht kannst du es sehen Siehst du das? Ich hoffe es mal Da hinten die grauen Fäden, die dann zieht Das ist ja abradig Hier, von hier kannst du es sehen Guck mal hier Da unten die Spinnwebel Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Hier Guck mal Guck mal Guck mal Das ist der U-Mann-Barometer. Das ist wahrscheinlich so die Heilwerker-Variante, ja. Wäre aber auch geil. Du hättest so eine Kiste hier, das wäre echt cool. Oh, da bin ich ja. Guck mal, auf einmal kann er 90 fahren. Genau das meine ich. Du überholst erst einen LKW, der vor dir her dümpelt und plötzlich fällt den Leuten ein. Warte mal, ich kann ja Gas geben. Was soll denn das? Er spielt ja schön am Handy neben mir, aber egal. Ja, wir sind nämlich fertig mit Bremen, oder? Ja, mit Bremen bin ich auf lange Sicht erst einmal fertig. Ja, das war gerade eine schöne Aktion. Wir dachten eigentlich, es geht ganz gut. Es hieß eigentlich nur ein paar IBCs leerziehen, den Rest aus dem Tank vollmachen und dann extra schon eine halbe Stunde mehr geplant. Also eineinhalb Stunden, zum Schluss sind es jetzt drei Stunden geworden. Also insgesamt, wir haben erst ausgeladen, danach sind wir nochmal ums Haus rumgefahren und haben dann nochmal IBCs halt gemacht. Also ausgeladen haben wir aber nur eine halbe Stunde. Ja. Dafür, dass ich anderthalb Stunden für das Laden gerechnet habe, war es dann zweieinhalb Stunden. Scheiß dreckig. Und da hatten wir schon Hilfe. Also selbst ich habe mit angepackt, was ich eigentlich gar nicht vor hatte. Ich habe eigentlich die falschen Klamotten mitgehabt, aber ich bin gar nicht dreckig geworden. Überraschenderweise. Also hast du nicht gearbeitet in dem Sinne? Ey, meine Handschuhe waren dreckig. Ja, war nicht so toll. Ne, war nicht so toll. Muss man nicht gleich wieder. Ne, brauchen wir nicht. Deswegen sind wir jetzt auch nicht allzu gut gelaunt, weil wir müssen noch nach Hamburg fahren, da wird der ganze Spittel ausgeladen. Und wir haben Hunger. Genau, das ist jetzt sowieso noch, Alter. Ich habe richtig Kohldampf. Wir sind sogar so spät dran, dass die Bude offen haben wird, wo wir dachten, dass wir zu früh sind und dort eben nicht essen wollen können. Ja. Also es hat auch so grundsätzlich irgendwo auch ein bisschen einen Vorteil. Ja. Wenn man lang genug sucht, ne. Ja. Muss ich es nur schönreden. Ich bin schon in der Tat wieder voll mit Sonnenschein. Außer irgendein Moment, ne. Naja. Jedenfalls dann noch in Hamburg ausladen. Das wird wohl auch eine ganze Weile dauern. Ist eine fachmännische Meinung vom Fahrer. Also das Zeug hat ungefähr die Viskosität wie Bepathensalbe. Ja. Bloß noch ein bisschen schlimmer. Das war so ein schwieriger Scheiß. Ich denke mal zwei Stunden. Ja. Dann haben wir es. Weil ich habe es ja vorhin versucht noch ein bisschen zu filmen, aber man hat es glaube ich nicht richtig gesehen. Das war richtig, ja Pampel. Das war nicht flüssig, das war Pampel. So zwischen, ja. Dicker Schlamm. Genau, dicker, ja. Runderm dicker Schlamm. Der unten noch dicker wurde. Warmer Teer. Nicht heißer Teer, sondern warmer Teer. Ja. So richtig schlierig. Riecher Banz. Das will man sich eigentlich nicht in den Tank reinziehen. Nein. Na ja. Mach mal drei Kreuze, wenn der Mist wieder draußen ist. Genau. Gut. Na dann machen wir mal weiter. Schöne Nummer der A1. Gucken wir mal was so geht. Beste Empfehlung von unserem Kunden aus Bremen. Na ja. Guckt's euch an. Frische Matschepampe, ja. Fahrtanker haben sie gesagt. Machst du dich nicht dreckig, haben sie gesagt. Hier, guckt dir's an. Boah. Schöner Batz hier. Und davon hier, ne. Man sieht ja wie schön viskos das ist, ne. Also das tropft auch direkt wieder von früher runter. Bleibt auch nix am Handschuhen oder so. Sirupartig eigentlich, ne. Prima. Wie warme Creme, du. Ganz hervorragend. Na super. Danke. Das ist das zweite Mal in meinem ganzen Leben überhaupt, dass ich hier mit Luft rum beeiern muss. Das hilft. Was machen wir jetzt? Die geben auf den Schlauch dann Druckluft. Die geben auf den ganzen Kessel einen gewissen Überdruck. Versuchen damit mit dem Überdruck die Pumpe hinten zu unterstützen, weil das Zeug ja so dicke ist. Da ist er. Ja, weil das Zeug so dicke ist, dass wir mit der normalen Pumpenzugleistung nicht ausreichend Druck auf den Kessel kriegen oder unter Druck. Deswegen versuchen wir im Kessel einen Überdruck zu erzeugen, damit die Pumpe sich nicht so anstrengen muss. Da stehen wir hier nämlich zweieinhalb, drei Stunden zu abladen. Die A7 Richtung Süden nach Hannover. Es geht Richtung Heimat oder Heimbase oder wie immer ist mir Rille. Apropos nach Hause. Sag mal Sigurd, wie warten eigentlich das Laden? Erzähl dir mal. Na ja. Er hat gesagt, er will mein Auto nicht abladen. Ich wäre zu spät. Er hätte seine Vorschriften. Ach. Ja. Hör auf. Und ich bin da blitz rum um das Auto, hab ihn an der Kehle gepackt und ihm die Nase ins Gehirn gerannt. Dann hat er zwei von seinen Schweißfliegen gerufen. Jack der Bär und Bulldozer Nick. Oh. Die beiden kenn ich. Das sind wilde Besten. Da wär ich aber gerannt. Die haben sich auf mich geschmissen. Ich krieg die Fahrmluft. Ich hab noch mal ein Fässer aus dem Stiefel gezogen und die beiden übrig aufgeschlitzt. Seit dem Tag ihrer Weiber schwarz. Eiskalt. Und deswegen fahr ich beim Sigurd mit. Der fährt Tanker. Auf der Planen. Da ist das ja nicht so. Das sind ja ganz andere Verhältnisse hier, die ich heute kennengelernt hab. Kenne ich nix. Kenne ich nix. Von wegen nicht abladen. Vorschriften. Check der Bär. Den Typ brauch ich noch Pfeifen. Ja. Ist geil. Aber das Abladen hat ein bisschen gedauert heute. Ja. Der musste sich erst mal die Nase abholen lassen. Ja. Ne. Jetzt haben wir ungefähr zwei Stunden dort gestanden. Die Pumpe wollte nicht. Und nicht so richtig. Ja. Die Prühe war halt keine Prühe. War halt eher so Creme. Aber trotz alledem. Zwei Stunden. Ich hätte mit mehr gerechnet. Zumal man sagen muss. Wir sind ja auch. Naja. Nicht sofort dran gekommen. Aber es war keiner vor uns. Also wir konnten uns schon hinstellen. Schlauch dran machen. Ja. Mit Pressluft. Genau. Ausgedrückt. Noch ein bisschen zur Unterstützung. Von daher ging es einigermaßen. Aber die Pumpe sagte halt zwischendurch. Naja. Bis hier hin ist ja ganz nett. Aber danach ist schon recht scheiße. Ne. Ja. Das ist richtig. Aber naja. Wir haben jetzt zwei Stunden 37 inklusive drei Minuten Stau. Es sind kurz nach sechs. Dann müssen wir dann da sein. Also ich rechne mal mit hier viertel sieben. Und ja. Das wird schon alles werden. Also auf jeden Fall. Wo du in Milan findest. Oder wo du speziell den Sickert findest. Ist. Linke Spur. Auf jeden Fall. Also das geht jetzt mit Volldampf hin. Wir sind ja leer. Und Sickert ist sowieso Bleifuß. Also nicht so wirklich. Aber eigentlich schon. Haben wir auch die A-Tafel geöffnet. Das heißt für 1A-Fahrer. Genau. Oder Anfang des Staus. Ja. Schön. Ja. Und wenn wir dann in Salzgitter sind, wird der LKW noch abgestellt. Ja. Und dann ist der Tag dann endlich mal zu Ende. Wir haben ja früh genug angefangen. Ja. 13 Stunden dann. Eben. Das ist schon ein bisschen was. Ist das denn falsch, Leute? Ist das der im Weg oder was? Sieht aus wie ein Ford oder? Hä? Jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Was hat denn der für ein Heck? Mal sagen. Guck dir mal das Heck an. Das sieht ja aus, Alter. Ein bisschen schwuler Alter. Dem kannst du in Portetten verpassen. Hey, das ist doch die WECO. Ach hör auf. Was ist das denn? Der hat den Zusatztank hinten dran. Äh. Boah. Für die Teifel ist der hässlich. Naja, wer sowas fährt, der macht's auch mit Kinderjährigen. Dein. Bah. Na gut. Ist ein Fakt. Deswegen bleibt's nur im Video. Ja, da drüben kommen die Dings für Trucker Babes. Ja, ja. Der Arcargo. Ist die das? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub... Ich weiß noch nicht. Die haben doch alle. Seht ihr öfters mal von Arcargo hier oben im Norden? Die haben alle verschiedene Sachen drauf stehen. Arschlochkind. Kackpratze. Ja, manchmal sind die schon ganz gute Typen. Die haben wenigstens schöne Autos für die Kinder. Das spricht nur der Neide. Aber die haben einen übelst kleinen M1, der sieht richtig geil aus. Das hab ich noch nicht gesehen. Ich kenn bloß Volvo und Scania von dem. Scania. 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 2,50 Euro pro Stück. Wenn du das wisst. Ja. Und ähm... Wenn ich noch irgendwas dazwischen kommen sollte, können wir uns eigentlich noch verabschieden, weil wir fahren jetzt bloß noch. Die Sachen dann wenigstens noch in Salzgitter. Du musst doch gucken, wie ich da schön über den linken Spiegel da über die ganze Bundesstraße rückwärts da bei der Hölle reinkrache. Wie ein Dummer. Dann tut's mir leid dann. Ich war zu froh eigentlich. Kommt immer ein bisschen früher. Junge, ja. Dann... Du wirst ja noch nicht mal deine Mütze auf. Ja, die hab ich vor uns so ein Video drin gehabt. Da hab ich vor uns schön rausgefilmt, da wurde die wunderbar präsentiert. Und so ein Doppel war ja vorne dran. Ja, ich hab ja normale. Nee, so hier oben drauf. Nee, das fällt ab und da fällt's ab. Da geht das schwer. Aber ich hab so ein Clipband hier, das Ganze drunter hängen. Für so Ego-Aufnahmen. Für so... Ja, jetzt schon recht. Machen wir's nächste Mal. Ja, das kommt nächstes Mal. So mitfahren. Als Beifahrer so mitgewackelt, bitte. Nee, dann bis später. Ich darf's noch nicht bellen. Tut mir leid. Aus... Wir sehen uns jetzt als Gitter. Schöne Grüße an Chris Maximus. Ja, sag mal Sigurd. Ey, deine Scheibe ist ja wohl Dreck. Ja, ich war nur um Kilometer zu fahren, schon hab ich Käfer zu bevor der Nase. Meine Karre muss ja mal aus dem Ei gepellt aussehen. Das ist das einzige, was ich hab. Jetzt kann man sehen, wie's der Profi macht. Geil. Arm und rüber schön aus dem Fenster gehalten. So muss es sein. Ja, nee, das kann ich nicht bieten. So. Der Sieger, das ist er. Wie er leibt und lebt. Also. Das sieht übens geil aus. Halt mal noch der Anzug aus. Geil. Wir sind in Salzgitter hier. Ich muss nur sagen, der Stammplatz hier darf er und will er auch immer stehen. Und kackt er immer mal in den Wald ab und zu. Äh. Nein. Geht ja gar nicht. Hier ist ja kein Wald, ne. Deswegen, das war gelogen. Nein, das stimmt nicht. Das mach ich nicht. Pui. Bah. Sigurd, das war heute ne sehr geile Tour mit dir. Hast vor lang gedauert, aber hat sich gelohnt. Wollt euch. War ja nicht seine Schuld. Kannst ja nichts dafür. Mir lohnt sich alles. Ja. Man muss sagen, Tobias, also er hat auch wirklich Zeit rausgeholt beim Fahren. Also übel. Bester Fahrer hab ich gehört. Mit 80 auf der Autobahn nicht mehr. Ja. Aber das ging nicht sehr genau. Hat es angefühlt wie 90? Ja. Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich auch mal Gelegenheit, den ganzen Zug in seiner Pracht zu zeigen. Da ist der Fahrer hier. Der ist nicht gewaschen, ne? Ja, Mensch. Das ist doch nicht so schlimm. Eine Vollausstattung haben sie hier. Sogar richtige, richtige Chromfelgen. Richtige Alcoas. Das ist das Gerät. Wunderbar. Ja, und da oben war ich dann auch schon. Sogar. Ist schon ein feines Teil, jung. Muss man sagen. Nice. Ich habe gesagt, ist ein feines Teil. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Trailer ist die allerbeste sowieso. Natürlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe nur den dran gehabt. Aber wird schon zu hinkommen. Wird schon zu hinkommen. Wird schon Sinn machen. So, das ganze geleert. Genau. Und noch ein bisschen zu Papier sortieren. So, gerade sortiert. Wir haben alles eingepackt. Jawos. Und fahren wir noch zurück. Ah, weißt du nicht. Jetzt darf er mal wieder fahren. Genau. Langsam, langsam. Ich fahre langsam mit dem Auto als eher mit dem LKW. Ja, ist ja auch nicht schwer. Ja. Der Fadi holt sich noch ein Bier. Für unterwegs, weißt du? Ein Bierle. Trieben bei der Tanke. Ja, genau. Muss schon. Ja, bin ich hier. Scheiße. Oh. Einmal wird schon gehen. Ja. Das ist heute der einzige große Verlust, ne? Wie klappt da denn ein Bier? Ja. Ah, scht. Betze. Ja, ne. Das... Ich wollte bloß damit deine Hingabe, ne? Oder deine Hingabe, meine ich. Du musst ja immer so zu dir gewinnen. Ne, das ist kleiner, das ist aber breiter eigentlich. Ach so. Das sieht jetzt hier bloß so aus. Das ist schon nicht. Das wundert mich auch immer. Wenn ich so mal einen schnell denke, ich so... Warte mal. Du musst eigentlich noch drauf sein. Ja. Ja. Sehr schön. Hörst du Bescheid, Freunde. Sag doch mal mitgefahren. Genau. Mit meinem richtigen Auto. Ja. Was ist denn jetzt? Ne, das ist bloß bei einer Minute, schaltet das ab. Ach so. Ja. Aber es geht weiter. Das geht weiter, solange wie das rote Licht hier oben blinkt. Was macht das rote Licht? Ja. Das zeigt mir an, das ist immer noch aufgrund. Und noch nicht. Und noch nicht. Dann geht es immer kaputt. Jetzt geht es wieder. Warte. Jetzt geht es wieder. Jetzt geht es wieder. Jetzt geht es wieder kaputt. Es ist wieder Blinker, ne? Ja. Blinker war es ja alle. Aber die machst du ja nicht. Nein. Brauchst du nicht. Nein. Quatsch. Ja, mach es gut. Tschüss. Cool. Alles. Ich freu es eben. Ja, küsste. Bis demnächst. Schönen Gruß an Tobi, ne? Props gehen raus an hier. Genau. Mühlan. Mühlan. Geht los. Weiß Bescheid. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.